Naja, in erster Linie bin ich gerne Polizistin und das Einsatz mit einem Hund, hört sich zwar mal so ein bisschen doof an, ist natürlich spannend, auch gerade weil ich hobbymäßig gerne mit Hunden zu tun habe und da habe ich mir dann gedacht, das kann ich mal in Angriff.